Ganz herzlich willkommen meine Damen und Herren und herzlich willkommen auch Martin Weiß vom Anleger Magazin, der Aktionär. Der Markt außer Rand und Band, jeder Rücksetzer wird sofort gnadenlos gekauft. Hat man sowas schon mal erlebt? Ich habe das schon mal erlebt, das war Ende der 90er Jahre, da ist es ähnlich gelaufen, aber es waren andere Vorzeichen, es waren auch andere, insgesamt andere Rahmenbedingungen. Aber ja, ich habe sowas schon mal erlebt. Das geht natürlich jetzt auch für die Einzelwerte, die teilweise außer Rand und Band sind. Sie haben uns ein paar schöne mitgebracht, eine Telekom bei 17,07 Euro. Also die jüngeren Zuschauer, die werden sich jetzt freuen, die älteren Zuschauer sagen, naja, okay, sie müssen noch ein bisschen. Ja, sie müssen noch ein bisschen. Das ist tatsächlich wahr. Auf der anderen Seite, schauen Sie sich an, in den letzten drei Jahren, wir sind jetzt mittlerweile, der Wert hat sich ja mehr als verdoppelt auf Drei-Jahres-Sicht. Das ist ja schon mal ein toller Anfang, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht noch die T-Aktie aus den alten unsäglichen Zeiten, die sie noch in ihrem Depot haben. Auch die dürften sich darüber freuen, dass sich der Wert langsam wieder nach oben bewegt. Aber würde ich jetzt noch reingehen bei der Deutschen Telekom? Nein, das würde ich nicht. Ganz einfach deshalb, weil ich damit rechne, dass der Markt, der Gesamtmarkt, durchaus mal jetzt eine Verschnaufpause braucht. Die Werte, die besonders gut gelaufen sind, dazu zählt die Deutsche Telekom, die werden das sicherlich zu spüren bekommen. Ich glaube, dass man eine T-Aktie einfach auf einem günstigeren Niveau haben kann, dass man jetzt nicht bei der 17 hinterher springen muss, sondern dass man vielleicht wartet, hey, wir hatten hier so einen kleinen Ausbruch, 14 Euro, vielleicht in dem Bereich, Abstauberlimit platzieren, warten, was kommt. Das mag, ich habe keine Kristallkugel, ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich morgen bei 18 stehe. Ich würde nur sagen, nach dem heutigen, nach diesem sehr starken Anstieg, würde ich bei 17 nicht mehr reingehen. Ist es denn überhaupt zulässig und ratsam, diese Erfahrungswerte, wenn Sie sagen, starker Anstieg, da muss jetzt etwas passieren, das jetzt anzulegen in Zeiten wie diesen? Es ist schwierig. Natürlich, alle sagen, Draghi pumpt das Geld in die Märkte, ist ja auch alles richtig. Nichtsdestotrotz, es gibt genügend Anleger, die sich die Situation momentan am Markt sehr genau anschauen, die vielleicht auch zögern, weil sie sagen, der Markt beginnt zumindest auf kurzfristige Sicht Anzeichen eines Heißlaufens zu zeigen. Und dann wird es zu einer Konsolidierung kommen. Ich rede nicht von einer scharfen Korrektur, ich rede lediglich davon, dass dieser sehr starke Anstieg, den wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, irgendwann ausgependelt werden muss, damit es danach weitergehen kann. Es wird weitergehen, davon bin ich überzeugt. Das Umfeld ist großartig. Null Zinsen, keine Alternativen am Markt und jede Menge billiges Geld, es wird seinen Weg in den Aktienmarkt finden. Aber nicht so, wie wir es die vergangenen Wochen und Monate gesehen haben. Meine Güte, es sind mittlerweile 3000 Punkte, die wir seit Oktober gemacht haben. Das ist schon ein wirklicher Husanritt. Geld findet nicht nur den Weg an die Aktienmärkte, sondern auch in einzelne Unternehmen, wo viel Geld da ist. Da werden dann auf einmal Unternehmen gekauft. Man spricht hier von einer Fusionsbewegung, Merge und Equivalent, in der Biotech-Branche. Und Babybiotech als die Fondlösung, wie sie immer bezeichnet wird, die profitieren. Ja, absolut. Aber auch hier gilt jetzt mittlerweile, wir haben schon ganz oft über dieses Thema Biotechnologie gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was hat denn Babybiotech eigentlich in seinem Portfolio, weshalb geht diese Fondsaktie momentan so extrem, weshalb läuft die so extrem gut, das hat ja alles seine Gründe. Aber auch hier sollten die Anleger einfach mal darüber nachdenken, einen Teil der Gewinne, die sie erzielt haben, auch zu realisieren. Schauen Sie, der Wert hat sich nicht nur verdoppelt, noch einen guten Tag oder zwei gute Tage, dann hat sich der Wert innerhalb kürzester Zeit verdreifacht. Das sind keine normalen Renditen, auch nicht mehr, natürlich nicht am Aktienmarkt. Das ist für die Biotech-Szene, mag das hin und wieder vorkommen. Aber ich glaube, dass man eine Babybiotech, so qualitativ hochwertig die auch sein mag, sicherlich zu einem günstigeren Niveau bekommt und hier nicht bei 330 noch versuchen muss, die letzten 5% rauszuschrauben. Weil Sie immer sagen, die, die dabei sind, sollen Gewinne realisieren. Ja, würde ich machen. Und dann? Was mache ich dann mit den Gewinnen? Ich freue mich erst mal darüber, was sie dann damit machen. Ob sie ihre Frau zum Essen einladen oder einen kleinen Urlaubplan, je nach Anlagehöhe. Das vermag ich nicht zu sagen, das will ich auch überhaupt nicht. Das weiß jeder dann selbst am besten. Aber man muss nicht immer voll investiert sein und noch mehr hinterher. Und vielleicht Geld, das ich gerade durch einen Aktienverkauf erlöst habe oder Gewinne, sofort wieder in den Aktienmarkt reinvestieren. Das muss nicht sein. Genießen Sie doch einfach mal die Gewinne, wenn Sie welche machen. Nehmen Sie ein bisschen Geld vom Tisch, um Gottes Willen. Wenn die Aktie um 10, 15, 20% korrigiert, das wäre nach so einem Anstieg völlig normal. Völlig normal. Da würde ich mit keiner Wimper zucken. Aber es wird irgendwann passieren, ganz einfach deshalb, weil dieser Anstieg zu stark ist. Schauen wir mal weiter. Sie haben da ganz andere Werte mitgebracht. Völlig andere Branche. Ja, Baubranche. Das ist ein ganz toller Wert. IT und Baubranche, die das zusammenführen. Ich bin großer Fan. Wir haben die ja auch schon relativ lange auf dem Radar gehabt. Und schauen Sie sich an, wir haben diese ganze Zeit hier mit dieser 80, 85 Euro Marke gekämpft. Dann kam der Break. Jetzt stehen wir bei 127 Euro. Das sind 50% in kürzester Zeit, die auch hier gemacht wurden. Es gilt das Gleiche. Wir haben mittlerweile bei ganz vielen Aktien einen so steilen Anstieg. Der ist nicht nachhaltig. Ich würde ein wenig Geld vom Tisch nehmen, mir irgendwas Schönes dafür kaufen oder meiner Familie davon irgendwas Schönes kaufen. Und dann, wenn es etwas günstiger gewesen ist, wieder reinsteigen. Wenn da noch Geld übrig ist. Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Sowas weckt natürlich dann Begehrlichkeiten. Wenn Sie im Fernsehen sagen, ich kaufe meiner Familie was, dann Sie sich wundern, wie schnell das Geld weg ist. Wie schnell meine Familie sagt, die hat auch Ideen. Sie können für das Geld natürlich auch Unternehmensbeteiligungen kaufen, wie zum Beispiel Alibaba. Die steigen hier ein, gemeinsam mit einem der größten chinesischen Autobauer in den Automobilbau. Machen das Gleiche wie Google, machen das Gleiche wie Apple. Das ist ja ein verrückter Trend. Ja, es scheint momentan so dem Zeitgeist auch geschuldet, dass man sagt, wir wollen alle irgendwie ein Auto oder selbstfahrendes Auto oder meinetwegen auch irgendwas anderes noch im Programm haben, was in diese Richtung zielt, um möglichst tippt zu sein. Ich weiß nicht, wie sinnvoll diese Pläne sind. Nichtsdestotrotz, Alibaba hat die finanziellen Ressourcen, um so ein Projekt voranzutreiben. Überhaupt gar keine Frage. Ich sehe es weiterhin erstmal als Wachstumsmaschine aus China. Wir haben gesagt, momentan der Aktie fernbleiben. Letzten Zahlen waren zwar gut, das Wachstum war hoch, aber eigentlich dieses Kursniveau relativ schlecht zu rechtfertigen. Und wir haben hier, es lässt sich gerade nicht einzeichnen, aber ich zeige es gerne nochmal. Wir haben hier eine Konsolidierungsbewegung in der Stiebezone. Wenn die Aktie dieses Niveau verteidigen kann und wieder hochwertig läuft, dann könnte man überlegen, ob man vielleicht jetzt darauf spekuliert, dass wir wieder die alten Hochs in Richtung der alten Hochs gehen. Vorher würde ich da sicherlich nicht ranfassen wollen. Vor allen Dingen, wenn wir hier drunter gehen, hätten wir sicherlich Luft bis auf die Tiefs vom Oktober. Eine halbe Minute Zeit haben wir noch. Schauen wir noch ganz kurz bei Ebay vorbei. Haben wir lange nichts mehr gehört. Und wenn wir jetzt die Aktie anschauen, hoppala, da hat man fast was verpasst hier. Ja, auch hier wieder der Ausbruch, schön klassisch, Ausbruch, nochmal hoch. Also fantastisch gelaufen. Das Thema bleibt Paypal, die Abspaltung. Das ist schon eingepreist? Das ist relativ schwierig zu sagen. Es ist eingepreist. Auf jeden Fall sieht es momentan danach aus, dass die Anleger wieder eine Idee davon bekommen. Und dass, wenn Paypal abgespalten wird, dass der Warewert des Unternehmens herausgekitzelt wird. Und es gibt ja genügend Anleger, Analysten, die sagen, wir haben bei 56 Euro sicherlich noch nicht die Luft raus. 60, 65 sind auf jeden Fall machbar. Und das ist ganz einfach dieser Einschätzung auch geschuldet. Martin Weiß vom Anleger-Magazin, der Aktionär. Sie müssen weg, Sie müssen jetzt einkaufen. Ich muss jetzt weg. Ihre Familie, irgendwelche teuren. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020